Du fragst dich, wie oft du Videos auf YouTube hochladen sollst, damit dein Kanal erfolgreich wird? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, gerade wenn sie mit YouTube anfangen. Und genau dazu möchte ich dir fünf Empfehlungen geben in diesem Video, damit du die richtige Balance findest zwischen Quantität und Qualität. Denn es geht nicht nur darum, regelmäßig Videos hochzuladen, sondern es geht auch um Qualität und um relevante Inhalte für deine Zielgruppe. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und am Ende habe ich noch einen besonders wichtigen Tipp für dich, den du dir unbedingt anhören solltest. Die Frage, wie oft man Videos auf YouTube hochladen sollte, beschäftigt viele Content Creator. Einerseits möchtest du deinen Zuschauern regelmäßig guten und neuen Content bieten, aber andererseits möchtest du auch sicherstellen, dass du genug Zeit hast, um qualitativ hochwertige Videos zu produzieren. Und es ist wichtig, eine Strategie zu finden, die zu deinem Kanal passt und eine Balance zwischen dem zu viel und zu viele Videos und zu viel Zeit zum Produzieren der Videos aufzuwenden. Denn das ist etwas, was ich bei meinen Kunden erlebe. Plötzlich merken sie, ich muss regelmäßig Videos produzieren für meinen YouTube-Kanal. Denn wenn du zu lange Pausen machst, ist das nicht gut. Wenn du mal eine Pause machst, ist das okay, aber wenn da mehrere Wochen, mehrere Monate kein neues Video hochgeladen wird, dann bestraft dich der Algorithmus und du musst wieder anfangen, den Algorithmus anzukurbeln. Deshalb sind hier meine fünf Empfehlungen für dich, damit du die richtige Balance für dich und deine Zuschauer findest. 1. Setze dir realistische Ziele und erstelle dir einen Uploadplan. Denn wenn du dir das Ziel setzt, mehrmals pro Woche ein Video hochzuladen und du bist überfordert mit der Produktion, dann nützt dir das überhaupt nichts. Dann leidet die Qualität deiner Videos und das werden deine Zuschauer merken. Also bleib da realistisch. Versuch auch einzuschätzen, wie oft du Videos produzieren kannst. Ich empfehle da ja die Batch-Verarbeitung und nutze heutzutage auch unbedingt die KI, die dir hilft, auf neue Ideen für deine Videos zu kommen und dir auch Videoskripte zu erstellen. Dazu habe ich früher auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier oben. Der zweite wichtige Punkt ist Qualität vor Quantität. Deine Videos sollten einen Mehrwert bieten für deine Zuschauer. Und deshalb ist es nicht wichtig, dass du möglichst viele Videos produzierst, sondern es sollte auch immer etwas für deine Zuschauer drin sein. Und es geht ja immer darum, zu informieren oder zu unterhalten. Versuche immer, einen dieser Punkte zu erfüllen, wenn du ein Video erstellst und es auf YouTube hochlädst. Denn Videos, die für deine Zuschauer nicht interessant sind, werden einfach nicht angeschaut, nicht bis zu Ende geschaut. Und das ist dann nicht gut für dich und deinen Kanal. Mein dritter Punkt ist einmal die Woche oder einmal im Monat. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Und ich empfehle meinen Kunden, einmal pro Woche ein Video hochzuladen. Wäre super. Aber manche schaffen das einfach nicht. Und dann ist es besser, einmal im Monat ein neues Video zu erstellen, anstatt gar keins zu erstellen. Du kannst natürlich auch auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus gehen, dass du sagst, ich schaffe es, alle zwei Wochen ein Video hochzuladen. Denn auch das ist besser, als immer nur mal hier und da eins hochzuladen. Was ich nämlich sehe, ist von vielen Menschen, sie machen ein Video für einen bestimmten Anlass, laden das dann hoch auf YouTube und dann passiert monatelang gar nichts. Das ist nicht gut für deinen Kanal, denn YouTube sieht, daneben gibt sich jemand keine Mühe, hier, da passiert nur hier und da mal sporadisch etwas. Das solltest du vermeiden. Also entscheide dich, einmal die Woche wäre super, wenn du es nur alle zwei Wochen schaffst, geht auch. Aber mindestens einmal im Monat wäre das Minimum, was ich dir empfehlen würde. Mein Punkt Nummer vier ist, versuche auch Shorts zu produzieren. Denn Shorts sind viel schneller erstellt als lange Videos. Da kannst du immer mal einen Tipp geben oder nur einen Punkt beantworten. Es gibt wunderbare Apps dazu. Du kannst auch aus deinen langen Videos Shorts machen, indem du einfach Sachen rausschneidest. Und für Shorts gilt zwei bis drei Mal pro Woche. Versuche auch das hinzubekommen, denn das kurbelt den Algorithmus enorm an momentan. Mit Shorts erreichst du ganz andere und neue Menschen und es ist gut für deinen Kanal. Und jetzt kommt meine Empfehlung Nummer fünf. Berücksichtige auch saisonale Events und Trends. Wenn Weihnachten ist oder Black Friday oder irgendetwas anderes in der Welt passiert, wozu du ein Video machen kannst, dann wäre das super. Denn mit diesen Trends, mit diesen kurzfristig neuen Themen, erreichst du wiederum ganz andere Menschen und kannst damit wieder ein ganz neues Publikum erreichen. Und das mag außerhalb deines normalen Themas liegen, aber ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal 2020 mit Zoom-Videos angefangen, was ja eigentlich nichts mit Videomarketing zu tun hat. Aber diese Zoom-Videos haben mir enorm viel neue Zuschauer und Abonnenten gebracht und es ist auch daraus ein neues Angebot entstanden. Sei dir bewusst, solche neuen Trends oder Themen, an denen du Spaß hast, mach auch dazu mal ein Video, wenn es sich anbietet, weil damit kannst du auch außerhalb deiner normalen Videos neue Menschen erreichen. Und wenn du lernen möchtest, wie man professionelle Videos mit wenig Technik und wenig Aufwand macht und mit der Unterstützung von KI, dann komm in meine Video Marketing Academy, die demnächst wieder startet. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung.